Transfermarkt TV. Heute wieder für euch mit dem aktuellsten aus der Welt des Fußballs und spannenden Gerüchten. Neymar soll zum Beispiel seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain verlängern. Und der Hamburger SV soll tatsächlich am Fußballgott Alex Meyer interessiert sein. Das und vieles mehr gibt es heute in unserer Sendung. Aber vorher freuen wir uns natürlich, wenn die, die es noch nicht getan haben, unseren Kanal abonnieren. Der FC Schalke 04 und Angreifer Guido Burgstaller setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie die Königsblauen heute mitteilten, unterzeichnete der 29-jährige Österreicher einen neuen Vertrag bis Juni 2022. Burgstaller war im Januar 2017 für anderthalb Millionen Euro aus Nürnberg zu den Knappen gewechselt. Im Schalker Trikot gelangen dem 23-maligen Nationalspieler bisher 28 Treffer und elf Vorlagen in 88 Pflichtspielen. Der erste FSV Mainz 05 hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Karim Onisivo verlängert. Das gab der Klub heute Morgen offiziell bekannt. Die 05er machten von einer im Vertrag festgeschriebenen Option Gebrauch, sodass das Arbeitspapier des Österreichers nun bis zum 30. Juni 2020 Gültigkeit besitzt. Stürmer Vedat Ibiziewicz von Hertha BSC bleibt für seine unsportliche Aktion gegen Borussia Dortmund-Keeper Roman Bürki für drei Spiele gesperrt und bekommt als Wiederholungstäter zusätzlich eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro. Das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes wies am Montag den Einspruch des 34-Jährigen zurück. Ibiziewicz hatte im Bundesligaspiel am 16. März BVB-Torwart Bürki den Ball an den Kopf geworfen und dafür die rote Karte gesehen. Verteidiger Borna Sosa hat sich verärgert über seine Situation beim VfB Stuttgart geäußert und Unverständnis dafür gezeigt, dass er auch in schwierigen Zeiten beim VfB weiterhin kaum eine Rolle spielt. Dabei griff er sehr direkt seinen Trainer Markus Weinzierl an. Der 21-jährige Kroate dürfte nach seinen Aussagen mit einem Nachspiel seitens des Vereins zu rechnen haben. Auf der Suche nach einem Mittelfeldnachfolger für Frenkie de Jong, der ja im Sommer zum FC Barcelona wechseln wird, ist Ajax Amsterdam nach knapp zwei Monaten offenbar fündig geworden. Razvan Marijn von Standard Lüttich steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum niederländischen Rekordmeister. Das berichtet der Telegraph. Die Ablöse für den 22-jährigen Rumänen soll bei 12 Millionen Euro liegen. In 94 Pflichtspielen für Standard Lüttich war Marijn an 32 Toren direkt beteiligt. Auch die AS Rom soll großes Interesse an ihm gehabt haben. Neymar will seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain drei Jahre vor Ablauf des Arbeitspapiers schon verlängern. Das bestätigte sein Vater Neymar da Silva Santos in einem am Montag veröffentlichten Interview des brasilianischen Nachrichtenportals UL Sporte. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um einen vorzeitigen Abgang Neymars aus Paris gegeben. Nun aber, sagt sein Vater, er ist jetzt in seinem zweiten Vertragsjahr. Es fehlen noch drei Jahre bis zum Ende des ersten Vertrags und wir kümmern uns schon um eine Erneuerung bei Paris Saint-Germain. Nach nur einem Jahr denkt Yannick Carrasco bereits über einen vorzeitigen Abschied aus China nach. Der 35-fache belgische Nationalspieler steht noch bis 2022 beim CSL-Club Dalian Yifang unter Vertrag. Doch bereits im Winter wollte Carrasco seinen Verein schon wieder verlassen. Der Klub schob einem Abgang jedoch einen Riegel vor. Zuletzt wurde er unter anderem mit dem FC Arsenal, Manchester United und den Mailänder-Clubs AC und Inter in Verbindung gebracht. Tja und damit ist Yannick Carrasco nicht der einzige internationale Top-Spieler, der mit einem Abgang aus der CSL kokettiert. Gestern haben wir über das Gerücht von Hulk berichtet, der ja bei Shanghai SIPG unter Vertrag steht, aber sich durchaus einen Wechsel zurück zum FC Porto zu seinem Ex-Verein vorstellen könnte. Vor einigen Tagen hat Alexandre Pato seinen Vertrag in der CSL aufgelöst. Also das scheint gerade für einige internationale Spieler ein Thema zu sein. Und das war auch schon in den letzten Jahren so, dass China keineswegs die Endstation in Fußballerkarrieren dargestellt hat. Blicken wir mal auf die fünf teuersten China-Rückkehrer. Denn in der Vergangenheit sind tatsächlich schon einige Spieler wieder nach Europa gegangen. Zum Beispiel ein Ex-Bundesliga-Stürmer, Lukas Barrios, der wechselte für drei Millionen Euro von Guangzhou Evergrande zurück nach Europa zu Spartak Moskau. Auf der vier Burak Yilmaz, der hat für Beijing Guo An gespielt. Der Türke schloss sich dann im Anschluss wieder Trabzonspor an. Auf der drei Roger Martinez, der stand ehemals bei Jiangsu Suning unter Vertrag, ging dafür knapp 15 Millionen Euro nach Spanien zum FC Villarreal. Auf der zwei ein Mann, den wir aktuell aus der Bundesliga kennen, nämlich Axel Witzel. 20 Millionen Euro sein Transfer im letzten Sommer von Tianjin Quanjian, wie der Verein damals noch hieß, zum BVB. Und Paulinho, auch ein großer Name, 40 Millionen Euro bezahlte der FC Barcelona für ihn. Mittlerweile spielt Paulinho aber wieder in der CSL für Guangzhou Evergrande. Das sind aber die teuersten Europa-Rückkehrer aus China. Dabei geht es um fixe Transfers. Die Laien haben wir dabei nicht berücksichtigt. Kehrt der Fußballgott Alex Mayer tatsächlich zum Hamburger SV zurück. Das ist unser Gerücht des Tages. Es kommt von der BILD. Und die schreibt, dass der Hamburger SV sich tatsächlich mit einer Verpflichtung des 36-Jährigen für die kommende Saison beschäftigen soll. Denn für die Rückrunde steht Alex Mayer ja beim FC St. Pauli, beim Stadtrivalen, unter Vertrag. Und hat in acht Rückrundenspielen fünf Treffer erzielt. Das ist richtig gut. Mayer ist bis heute der letzte Spieler, der im Profibereich von St. Pauli zum HSV wechselte. Das war vor 16 Jahren. Und er hat in dieser Zeit, das war eine Saison, Saison 2003 bis 2004, lediglich vier Pflichtspiele für die Profimannschaft des HSV absolviert. Aber die Möglichkeit würde theoretisch bestehen. Denn er hat nur noch einen Vertrag beim FC St. Pauli bis zum Saisonende und wäre demnach ablösefrei. Wir können ja nochmal auf ein paar Daten aus Alexander Mayers Karriere schauen. Denn er wurde tatsächlich ausgebildet beim HSV, hat in den verschiedenen Jugendmannschaften des Vereins gespielt. U16, U17, U19. Ging dann eben früh in seiner Karriere zum FC St. Pauli und kehrte als 20-Jähriger zurück in der Saison 2003-2004. Kam da aber nicht richtig zum Zug und wechselte dann zu Eintracht Frankfurt. Erst per Laie, dann fest, hat dort richtige Spuren hinterlassen, wurde zum Fußballgott, wurde zweimal Torschützenkönig. Nämlich in der zweiten Liga mit 17 Toren. In der ersten Bundesliga wurde er in der Saison 14, 15 ebenfalls Torschützenkönig. Da hat er 19 Mal getroffen. In der letzten Saison hat er zum Abschied den DFB-Pokal gewonnen mit der SGE. Und insgesamt 137 Pflichtspieltore für die Frankfurter erzielt in 14 Jahren. Jetzt hat er in dieser Saison nochmal eine Herausforderung gesucht. Und spielt in der Rückrunde für den FC St. Pauli. Und das richtig gut. Und plötzlich wird er bei seinem alten und bei seinem Ausbildungsklub wieder ein Thema. Denn Hannes Wolff, der Trainer vom HSV, der wird sich schon überlegen müssen, wie er seine Offensive in der nächsten Saison denn aufstellt. Viele Positionen und viele Personalien sind nämlich noch unklar für die kommende Saison. Zum Beispiel Pierre-Michel Lasogga. Da steht der Verein mit dem Spieler in Verhandlungen. Aber man ist sich nicht einig. Ein Abgang im Sommer ist durchaus vorstellbar. Schlicht und einfach deshalb, weil Lasogga ein sehr hohes Gehalt und viel Geld beim HSV verdient. Auch bei Fiete Arp ist die Situation für die kommende Saison noch nicht klar. Er hat aktuell wenig Einsatzzeiten beim Hamburger SV. Er wird ja zu Bayern wechseln. Vielleicht eben auch schon im kommenden Sommer. Und auch beim Offensivmann, beim Südkoreaner Hee-chan Wang, ist nicht klar, ob er auch in der kommenden Saison für den HSV spielen kann. Und jetzt also ein Routinier, der vielleicht auch diese junge Mannschaft des HSV in der kommenden Saison ein bisschen anleiten könnte, mit seiner Erfahrung weiterhelfen könnte. Was haltet ihr von diesem Gerücht? Wäre Alex Meyer was in der kommenden Saison? Wäre er eine echte Verstärkung? Könntet ihr euch das vorstellen? Die ersten Reaktionen haben wir schon bekommen von euch. Und da wollen wir mal reinlesen, wie er die Meinungen ausschaut. Walker008 schreibt, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Denn Meyer findet bei St. Pauli zu alter Stärke zurück und soll mit 36 dennoch erneut wechseln. Zudem wird der HSV eher daran interessiert sein, Lasogga zu halten. Und wenn dies nicht klappt, dürften jüngere Alternativen auf der Liste stehen. HSV Gary schreibt demnach, Alex Meyer, Fußballgott, hat mich bei Pauli positiv überrascht. Naja, eigentlich schon, als er nach seiner langen Verletzungspause im Spiel in Frankfurt gleich wieder gegen uns getroffen hat. Sein Vertrag bei Pauli läuft aus, weiß, wo das Tor steht und müsste nicht mal umziehen. Würde Liga unabhängig schon mindestens als Backup Sinn machen. Also HSV Gary eher mit einer positiven Meinung dazu. Und Ole VfB schreibt, also an seiner Stelle würde ich auf Pauli bleiben. Dort wird er gebraucht, macht seine Buden und erhält Anerkennung. Könnte mir zwar auch vorstellen, dass Wolf einen erfahrenen Spieler und Mentor für seine Jungschar braucht. Aber das hätte er auch in Frankfurt haben können. Und wir haben noch einige weitere Gerüchte für euch. Die Top-Clubs Paris Saint-Germain und Manchester United sollen laut der Marca am mexikanischen Außenstürmer Hürving Lozano von der PSV Eindhoven interessiert sein. Der 23-Jährige hat mittlerweile einen Marktwert von 40 Millionen Euro, aber eben auch noch einen Vertrag in Eindhoven bis 2023. Schon im Winter zeigte SSC Neapel großes Interesse an Lozano, der in dieser Spielzeit bereits 19 Pflichtspieltore erzielt hat. Ruben Dias gehört zu den absoluten Leistungsträgern bei Benfica Lissabon und das mit gerade einmal 21 Jahren. Das Eigengewächs der Adler hat mit guten Leistungen in der Innenverteidigung viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So soll laut Tutosport Juventus Turin an ihm interessiert sein. Dias besitzt eine Ausstiegsklausel über 45 Millionen Euro. Und sollte Ruben Dias Benfica verlassen, hätten die Adler möglicherweise schon einen Ersatz an der Angel. Der Mann heißt Mario Hermoso und steht bei Espanyol Barcelona unter Vertrag. 23 Jahre ist der Innenverteidiger jung und hat im November sogar ein Länderspiel für Spanien absolviert. In dieser Saison kam er 22 Mal in La Liga zum Einsatz und hat immerhin drei Tore erzielt. Dann schauen wir auf Raphael Leao, der spielt für OSC Lille in der französischen Ligue 1 bislang eine sehr ordentliche Saison. Sieben Tore hat er erzielt und zwei weitere Treffer vorbereitet. Der Sportdirektor des FC Everton, Marcel Brandt, soll den 19-Jährigen für den kommenden Sommer ins Auge gefasst haben. Das wird aber nicht günstig werden. Sein Vertrag läuft bis 2023 und der Marktwert liegt bei 12 Millionen Euro. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat der VfL Wolfsburg für seine Planstelle im offensiven Mittelfeld Xaver Schlager von Red Bull Salzburg im Fokus. Der Linzer spielt seit fast zehn Jahren für die Salzburger, schaffte 2016 den Sprung zu den Profis und reifte zum österreichischen Nationalspieler. Die Ablöse dürfte im Bereich von 15 Millionen Euro liegen. Ein weiterer Mann, der es den Wölfen angetan haben soll, ist Leandro Trossard vom belgischen Tabellenführer KRC Genk. Der 24-Jährige links außen war in 37 Pflichtspielen in dieser Saison an 27 Toren seines Teams direkt beteiligt. Sein Marktwert schnellte beim letzten Update auf 14 Millionen Euro hoch. Das war unsere Übersicht für euch heute. Morgen sind wir wieder für euch da. Und zum Abschluss unserer Sendung haben wir ein kleines Fundstück für euch. Ein richtig schönes Tor, das erzielt wurde in der zweiten US-amerikanischen Liga. Und gemacht hat's Dairon Asprila, ein Kolumbianer, der für die Portland Timber spielt. Zieht euch das rein und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Zieht euch das rein und wir sehen uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.